Bruder Herz, schau jetzt mit den Augen der Liebe. Christis Sicht wurde dir gegeben, um auf das eine Selbst in dir zu schauen, als den schuldlosen Sohn Gottes, ruhend in seinen sicheren Armen. Christi, schau, ist deine Liebesgabe an dich, die durch Christus vom Vater für dich gegeben wurde. Und der Heilige Geist ist das Licht der Liebe, in dem Christus offenbar wird. Sieh den Sohn Gottes in dir, den auferstandenen Christus. Richte deinen Blick nur nach innen, der Schau der Wahrheit, damit du jetzt aus dir heraus leuchtest und Gottes Liebe durch dich fließen lässt. Du, Liebe, du bist so heilig und so gesegnet. Gottes Frieden, seine Freude und sein tiefes Vertrauen zum ewigen Leben sind stets mit uns. Amen. Vielen Dank.